Wenn man immer wieder behauptet, sie wären gefährliche Ungeheuer. Ganz so weit weg geht es morgen 20 Uhr in unserem Beitrag nicht, liebe Zuschauer, aber ein Stück zurück in unserer Geschichte, in das Jahr 1948, der Märkischen Chronik. Es muss doch was gewesen sein. Es war schon was. Und das ging schief. Weil dein Bruder dieses Miststück keine Achtung hat, weil er unseren Vater hat filzen lassen, weil er den Schatz, den wir gehütet haben, geklaut hat, ihn den Russen in den Drachen geworfen. Hinter Gittern saß der Vater, ein Strohsack, was ein Wett. Nur weil es mit ihm zu Ende geht, hat man ihn nicht lassen. War es viel? War es viel, was wir verloren? Alles, was sich die Fox vom Munde abgespart haben. Das tolle Geld, so der Titel der morgigen Folge der Märkischen Chronik. Und nun das außenpolitische Magazin Objektiv mit Ulrich Makos.